Hey everyone, hier ist der Maxi aus der Basketball-Abteilung. Heute präsentiere ich euch wieder einen Challenge, um Trippling zu arbeiten. Dafür braucht ihr nichts, außer einen Stuhl und einen Basketball. Wir können bereits die Vorschläge durch die Beine und lassen sich die Beine bewegen. Jetzt kombinieren wir das. Das heißt, ich mache erst den Vorschläge mit Queen und dann durch die Beine. So, das ist die Challenge, jetzt seid ihr dran. Nehmt ein Video auf, guckt ihr, ob ihr es schafft und schickt es in eure Mannschaft.